Es ist ein Po-Schlitz! 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 Liebe Freunde der Gepflicken Simulation! Euer Peter Po-Schlitz ist wieder zurück! Und ich muss etwas mal ganz am Anfang loswerden, bevor wir uns diesem Spiel hier widmen, das einige von euch bestimmt kennen. Und zwar dem Schwertransport Simulator 3. Jetzt fragen sich einige von euch, aber hey, den hast du doch schon gespielt. Richtig, sage ich darauf, den habe ich schon gespielt. Ich spiele ihn aber heute nochmal. Warum? Nein, ich habe keine Gehirnentzündung. Nein, mein Erinnerungsvermögen ist auch nicht gelöscht. Nein, ich finde dieses Spiel auch nicht gut. Ja, aber warum spiele ich ihn dann nochmal? Ganz einfach. Ich habe mir mal letztens meine YouTube-Statistiken angeguckt und dachte, mich kippt's aus den Latschen. Als ich den Schwertransport Simulator das erste Mal gespielt habe, haben, sage und schreibe, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, über 300 Klicks mein Video erreicht. Also 300 Mal wurde mein Video angeklickt. Warum? Ich weiß es nicht. Dieses Spiel ist so kacke, davon könnt ihr bestimmt ein Lied singen. Aber aus irgendeinem, mir nicht ganz begreiflichen Grund, hat euch das gefallen. Und deswegen zwingt ihr mich dazu, da muss ich gleich husten vor Schreck, ihr zwingt mich dazu, dieses Spiel nochmal zu spielen. Ja gut, wenn ihr das gerne möchtet, dann tue ich euch den Gefallen. Und wir spielen heute in einem Let's do it again, let's kotz again, let's brech again, let's quäl Peter Polschlitz again, nenn wie ihr es wollt. Und wir spielen heute noch einmal den Schwertransport Simulator 3. Ja, in der Reihe meiner Simulatoren Specials in dieser Woche spiele ich ja ausschließlich Simulatoren Specials. Ach, das plärrt mir, wie das so lautert. Kann ich gleich leiser stellen. Ich spiele ja relativ viele, äh, relativ viele Simulatoren Specials in dieser Woche, ne? Ist ja logisch in der Simulatoren Woche. Ähm, habt ihr zufällig eine Ahnung, den Dudel machen wir mal aus, der nervt, habt ihr mal zufällig eine Ahnung, warum fast alle diese tollen Simulatoren Specials oder diese Simulatoren Spiele von dieser Firma kommt, die sich Astragon schimpft oder Rondomedia? habt ihr nichts anderes zu tun? Naja, äh, über die können wir mal anders auch noch schimpfen. Ich will mal testen, beim letzten Mal konnte ich ja den Truck schieben. Hey! Warum kann ich ihn heute nicht schieben? Kann ich vielleicht den hier schieben? Nein, der ist auch angewachsen. Der auch. Äh! Auch. Und? Auch. Na gut, alle Trucks sind heute fest. Warum ich ihn das letzte Mal verschieben konnte, keine Ahnung. Egal. Wir suchen uns einen Auftrag. Wir wollen ja ein bisschen was tun. Wir transportieren drei lustige Zylinder. Was das genau sein soll, weiß ich nicht, weil irgendwie eine Texterklärung gibt es ja nicht. Also definiere ich es jetzt mal als drei lustige Zylinder. Die muss ich transportieren, eine Strecke von 4,4 Kilometer und ich muss erst mal dreieinhalb Kilometer bis zum Startpunkt fahren. Wenn ich das erledigt habe, gibt es 4.400 Euro Gewinn. Gut, quälen wir uns mal dahin. Fahrer mit dem Truck zum Ausgangsort. Okay, wir haben wieder unseren Navigationspfeil. der uns schon in allen Specials Treudienste erwiesen hat. Ist das mein Truck? Ah, ja. Er ist brüllen und laut. Aber ich kann ihn auch in der Außenperspektive steuern. Da ist er genauso, brüllen und laut. Und die Framerate ist brüllen scheiße. Genauso wie die Grafik. Zumindest drehen sich meine Räder. Ich versuche aber mal, ich hoffe, ihr versteht mich noch, da ist die Steuerung schwammig. Ich versuche aber heute mal sogar ins Ziel zu kommen. Ich meine, der Pfeil zeigt hier rum. Komme ich da rum? Ja! Ich habe es geschafft. Sensationell. Also, ich versuche, mal wirklich genau das zu tun, was das Spiel von mir verlangt, um jegliche Form von Bugs ausschließen zu können. also, was können wir hier feststellen? Ein Baum gleicht sich dem anderen. Das kennen wir ja schon. Verkehr auf dieser Straße würde ich mal sagen, nahe, null. Oh, da kommt tatsächlich ein Auto. Hallo! Und mit was für einem Krach das entgegenkommt. Ich kann mich aber drehen hier. Schaut euch die Qualitäts-Trucks hier an. Verspiegelte Scheiben, bis zu geht nicht mehr. Und nochmal. Flora und Fauna, soweit das Auge reicht. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich glaube, ich bin schneller als 20 vielleicht fahren oder kackt dann das Spiel wieder ab. Ich fahre immerhin 40. Das ist doch schon mal was. Aber ich glaube, der Pfeil zwickt mich gleich zum Abbiegen, oder? Kann das sein? Ich kann ihn nicht deuten. Aber ich glaube, ich muss noch geradeaus fahren. Mei, da wäre doch mal so eine richtig gute Karte eigentlich ganz nett gewesen, oder? Ich bin eigentlich auch noch erstaunt, wie gut die Framerate eigentlich hier noch läuft. Ich konnte doch nicht irgendwie feststellen, dass die gerade am abkürzten ist, die Framerate. Aber jetzt hat... Jetzt ist das Verkehrsgeschehen schon... Was ist jetzt? Hilfe! Was ist passiert? Mein Lastwagen ist weg und ich bin wieder an meiner Station. Äh... Hilfe! Gehe zu Truck. Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt und habe mein Fahrzeug verlassen. Ich weiß nicht, was ich da schon wieder gemacht habe. Licht gibt es übrigens auch. Gibt es auch Hupe? Oh yeah! Und was für eine geile. Und jetzt habe ich aber die Ausfahrt wieder mal verpasst. Also, Rückwärtsgang. Klingt sogar halbwegs nach dem echten Lastwagen. Wuhuuu! Ah! Sobald man die Wiese fährt, bricht die Framerate ein. Oder hat das was mit der Nacht zu tun? Keine Ahnung. Ich versuche mal... Hallo! Truckerbap is here! I want to take my way! Soll ich irgendwas abholen? Ich ruckel mal bei euch auf den Hof. Ah! Die drei lustigen Zylinder. Oh! Guck mal! Sie sind wie durch Geisterhand auf meinen Lastwagen geflogen. Und jetzt leuchten auch noch Lampen. Allnächt. Und jetzt ruckele ich noch bis zum Gehtnichtmehr. Oh, shoot! Komm ich da rum? Oh mein Gott! Warum? Warum? Bann eins! Oh, ich habe eine Lampe umgefahren und die Mission wird abgebrochen. Na gut. Egal. Ich fahre einfach so. Weil dieses Spiel ist sowas von kacke. Mal schauen, was ich hier noch alles machen kann. Yeah! 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 Leute, dieses Spiel kotzt mich an. Ich muss mich jetzt tierisch übergeben. hier kann man nix machen. Null! Und noch ne Runde. Und in die Rohre rein. Ich tu mir das nicht weiter an. Entschuldigung, aber den Kack muss ich abbrechen. Oh Mann! Also dieses Spiel ist und bleibt eine mittelschwere Katastrophe. Falls ihr das jetzt gesehen habt, wisst ihr vielleicht, wie kacke das Spiel ist. Und ich weiß immer noch nicht, warum euch das so arg gefallen hat. Es freut mich aber, dass es euch gefallen hat. Guckt es auch weiter fleißig an und schaut auch bei meinen anderen Specials rein. Und vor allen Dingen auch bei meinem Kanal im Ganzen. Ist ja auch mehr als eine Simulation geboten. Also bis dahin wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß bei mir und haltet die Ohren steif. Euer Peter Poschlitz.